Wenn Sie die geometrischen Randbedingungen anwenden, besteht der nächste Schritt darin, die Bemaßungsbedingungen in den Gliederungselementen anzuwenden, die wir in dieser Klasse besprechen werden. Wenn der Umriss der vorherigen Klasse offen ist, fangen wir an. Eine schnelle, aber nicht immer die beste Möglichkeit, die gesamte Skizze zu skalieren, besteht darin, sie auszuwählen und auf automatische Bemaßungen und Randbedingungen zu klicken. In der offenen Box halten wir nur die Option Ausgewählt Dimensionen, klicken Sie auf Übernehmen und Fertig. Sehen Sie, dass die Bemaßungen der Skizze hinzugefügt wurden. Machen Sie die Anwendung des Befehls rückgängig und sehen Sie, wie Sie manuell skalieren können. Dazu verwenden wir den Befehl Dimension, der im Bedienfeld Constraint aktiviert ist, mit dem Sie jede Art von Geometrie in Inventor skalieren können. Wir aktivieren den Befehl, indem wir darauf im Panel klicken oder den Buchstaben D auf der Tastatur drücken. Um eine Linie zu zitieren, klicken Sie einfach einmal auf die Geometrie und klicken, um das Kontingent zu positionieren. Sehen Sie, dass sich ein Feld öffnet, indem wir einen neuen Wert für die Entität eingeben und drücken Sie Enter oder klicken Sie auf diese Schaltfläche. Um den Kreis zu zitieren, ist die Prozedur das gleiche, folgen Sie. Beachten Sie, dass, da wir die Gleichheitsbeziehung früher definiert haben, indem Sie nur einen Kreis zitieren, der andere ebenfalls angepasst wird. Wenn wir mit dem aktiven Befehl den Wert eines bereits positionierten Kontingents ändern möchten, klicken Sie einfach darauf, geben Sie den gewünschten Wert in das Feld ein und bestätigen Sie. Wir haben einen Bogen entworfen, um ein gültiges Angebot-Detail für Bögen und Kreise zu kennen. Wir aktivieren den Befehl Dimension, klicken auf den Bogen, und jetzt, bevor wir das Kontingent positionieren, klicken wir mit der rechten Maustaste. In Bemaßungstyp können wir die Dimension von Durchmesser, Radius oder Länge des Bogens wählen und dann klicken, um das Kontingent zu positionieren, seinen Wert festzulegen und zu bestätigen. Wir haben ein paar Zeilen gezeichnet, um Optionen für das Zitat von geneigten Entitäten kennenzulernen. Wir aktivieren den Befehl Dimension, klicken auf die Neigungslinie und sehen, dass wir die Messung vertikal oder horizontal einfügen können. Um das geneigte Maß einzufügen, klicken wir vor der Positionierung des Kontingents mit der rechten Maustaste. Wir klicken auf die Option Ausgerichtet, klicken, um das Kontingent zu positionieren, seinen Wert festzulegen und es zu bestätigen. Um den Winkel zu zitieren, klicken Sie einfach auf die beiden Linien und klicken Sie, um die Position einzustellen. Um den Mitte-Zu-Mitte-Abstand zwischen zwei Kreisen zu zitieren, klicken Sie einfach auf beide Kreise und positionieren Sie das Kontingent. Aber um den äußeren oder inneren Abstand zwischen den Kreisen zu zitieren, ist es notwendig, auf einen der Kreise am Ende zu klicken, wo Sie das Kontingent starten möchten. Bewegen Sie die Maus über die andere Seite des Kreises, ohne zu klicken, und warten Sie eine Weile, bis das Symbol, das diese Art von Kontingent identifiziert, angezeigt wird. Dann klicken und positionieren Sie das Kontingent. Wenn wir das Projekt zitieren, ist es wichtig zu beobachten, ob sich die Geometrie, die vollständig dimensioniert ist, auf die dunkelblaue Farbe ändert. Dies sollte geschehen, aber nur, wenn die Skizze auf den Desktop-Ursprungspunkt verwiesen wird. Sehen Sie, dass diese Skizze auf dem Ursprung verwiesen wird. Eine gute Praxis beim Erstellen von Skizzen ist immer am Ursprungspunkt zu beginnen. Sehen wir uns an, wie Sie mit dem Befehl Automatische Bemaßungen und Einschränkungen automatische Kontingente und Einschränkungen anwenden. Wir aktivieren den Befehl und das Feld zeigt an, wie viele Abmissungen fehlen, um die Profilgröße abzuschließen. Klicken Sie einfach auf Übernehmen und Fertig, um zu beenden. Sehen Sie, dass ein Wendor die Abmissungen eingegeben hat, die erforderlich sind, um das Profil zu verengen, und dass jetzt die gesamte Geometrie in dunkelblau ist, was darauf hinweist, dass sie vollständig definiert ist. Wir können auch Formeln während der Dimensionierung hinzufügen. Um zu sehen, wie es funktioniert, bearbeiten wir das angezeigte Kontingent, geben den gezeigten Ausdruck ein, der sich auf die Multiplikation von 15 mit 3 bezieht, und drücken Sie Enter. Sehen Sie, dass das Ergebnis von 45 ist. Wir können Multiplikation, Division, Subtraktion und Addition Formeln hinzufügen. Sie können weiterhin ein anderes Kontingent als Referenz verwenden. Dazu bearbeiten wir das gewünschte Kontingent, klicken auf das Referenzkontingent, füllen die Formel wie gewünscht aus und bestätigen. Wir haben einige Quoten in der Skizze hinzugefügt, behalten Sie den Überblick. Wir haben hier diese Lektion beendet, in der wir gelernt haben, Skizzen in Inventor zu entwerfen. 1. 2. 2. 2. Untertitelung des ZDF, 2020